Und 5, 4, 3, 2 Kennt ihr das auch? Manchmal fehlt nur ein Mini-Hauf, dann wär die Welt perfekt. Fast jeden Tag tue ich das, was ich am liebsten mag, das ist nicht jedem recht. Wir kennen sie und lieben sie, die Sitcom Alkali, aber wusstet ihr auch, dass es dazu ein Videospiel gibt? Was? Ich rede kein Scheiß, dazu gibt es wirklich ein Spiel und das teste ich heute. Ihr müsst wissen, zu meinem Geburtstag habe ich einige Geschenke bekommen. Und eins dieser Geschenke war das hier. Alkali, das Spiel für die Wii. So, jetzt gucken wir uns das Cover erstmal an. So, hier. Das ist Kali. Das ist Sam. Das ist Freddy. Und das kleine hier ist Spencer. Der große Bruder von Kali. Ich frag mich, wo ist Gibi abgeblieben? Der war auch wichtig für die Serie. Also von den Schauspielern her haben es nur 3 außerhalb von Asch-Kali zu Erfolg geschafft. Sie, sie und Noah Mank, der Gibi spielte. Die beiden sind im Verreißgessen einvergraten. Wir sehen hier Alkali und 3 Ringe, in denen die Freunde eingesperrt ist. Und der Bruder. Darüber sind Hampelmänner, die Sportbewegungen machen. Und fett draufgeklatscht das alte Nickelodeon-Logo. Activision. Die haben noch andere Nickelodeon-Spiele-Designs. So, lesen wir mal das Hintercover. Werde Teil des Teams von Alkali. Ihre neuste Webshow wurde in letzter Minute gelöscht. Und du musst ihnen helfen, auf Sendung zu gehen. Indem du aus dem Nichts eine neue Show auf die Bühne stellst. Du kannst deine Lieblings-Sketche aus Alkali nachspielen und sogar ganz neue Sketche erstellen. Mit deinen eigenen Hintergründen, Objekten, Musik und mehr. Kommt zum Set und trifft die ganze Alkali-Team. Ja, und hier sind noch weitere. Habe jede Menge Spaß mit so bis drei deiner besten Freunde. Verdammt. Ich zock meistens alleine. Spiele alle deine Lieblings-Sketche aus der Fernsehserie nach. Okay. Moment mal. Haben sie jetzt tatsächlich... Ja, sie haben das gleiche Foto für das Vorder- und Hintercover verwendet. Wie viel hat das nochmal gekostet? Jetzt hoffe ich mal, dass der Preis günstig war. So, Alkali und dann Wii. So. Gucke ich mal hier bei Online-Shopping nach. Die Preise für das Spiel kosten bis zu über 10 Euro. Dann hoffe ich mal, dass es gute Qualität ist. Okay, ich habe jetzt genug rumgemeckert. Jetzt soll es losgehen. So, das ist schon die Wii, da wo ich andere zauberhafte Spiele gespielt habe. Ein bestes Beispiel ist unser größter Klassiker. Sims 3, da wo ich mehrfach schon Mario mit Sims Dach gespielt habe. So, hier ist noch eine kleine CD. Und die schiebe ich jetzt genüsslich hier rein. Gut so. So, ob das Spiel gut ist oder nicht, entscheide immer noch ich. Jetzt mache ich einmal Klick. Okay, der erste Einblick ist schon mal gut. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Und das Activision-Logo wird aktiviert. Und eine weniger bekannte Firma. Blitz Games. Okay, und weiter. Und das Novo ist uns zubehut bekannt. Es ist Nickelodeon. Auf der Verpackung stand, dass das Spiel auf Deutsch ist. Ja, hier ist noch ein kleiner Warnhinweis, aber der ist nicht so wichtig. So, kann ich das Spiel noch lauter machen? Wo habe ich denn die Fernsehung gelassen? Na, da ist sie ja. Noch ein bisschen lang. Los. Tja, da ich noch nichts gemacht habe, muss ich neue Spiele anfangen. Aber was für einen Namen könnte ich eingeben? So, ich werde das durch Werfen bestimmen. Landet meine Brille bei Mickey Mouse, heißt mein Charakter Kali. Landet sie über Smitty Boy, heißt sich Moris. Und landet sie über Sonic, nenne ich mich Spongebob. Jetzt mit geschlossenen Augen werfen. Smitty Boy, ich werde mich Moris nennen. So, ich heiße jetzt Moris wie der dicke Typ aus Madagaskar. So. Und los geht's. Alles okay mit dir, Kali? Ja. Du bist ein bisschen müde. Ich hatte letzte Nacht für einen merkwürdigen Traum. Ich auch. Wurdest du auch von einem riesigen Schinken-Sandwich durch die Schule gejagt? Nein. Okay, dann geht's wohl nur mir so. Hey, Kali, Sam. Hi, Freddy. Fred, what? Was ist los mit euch, Leute? Habt ihr eine Habe noch? Selbstlame Träume. Musst ihr vor einem riesigen Notbuch sehen? Nein, nein. Dann ging's wohl nur mir so. Und, was hast du geträumt, Kali? Oh, also erstmal war ich mit Freddy zusammen. Klingt doch nach einem wunderbaren Traum. Wohl eher nach einem Albtraum. Und dann warst du, Sam, auch noch eiferwürdig auf mich. Seid mit ihm ausgegangen, so. Ihh. Das klingt nach einem Albtraum. Das überspring ich besser. So. Story spielen. Hey, hör mal. Ich bin Alkali. Ich hab neue E-Mails. Ich hoffe, dass er heute ein Story geschrieben hat. So. Hallöki, ich bin Alkali. Ich bin Kali. Willkommen bei Alkali. Wenn du das hier gelesen hast, will Iplay Web Story aus dem Menü-Story spielen und mach bei unseren nächsten Web-Videos mit. Vergiss nicht hier ab und zu mal reinzuschauen und deine neuesten E-Mails zu lesen. Tu, wenn halt, ich bin nun mal nicht so gut in Englisch. Okay, dann drück ich mal drauf. Dann hier. In zwei Minuten geht's los, Leute. Unbedingt der alte Knacker mit den klappernden Zähnen. Auf keinen Fall. Das ist total eklig. Wir nehmen den Surfer. Der ist heiß. Hallo. In einer Minute und 40 Sekunden geht's los. Na gut. Okay. Ich muss zur Toilette. Und jetzt muss ich balancieren. Weil was ich kann. Was hat das mit der Serie zu tun? Okay, was hat dieses Spiel mit der Serie zu tun? Und jetzt muss ich Leuten auf die Hände klopfen? Was zur verdammten Hölle passiert hier gerade? Das fühlt sich nicht an wie Alkale. Das fühlt sich eher an wie Mario Party. Okay, okay. Und weiter. Oh, Lubert. Da ist er. Das war schon okay. Verdammt. Jetzt nicht nachlassen. Ich geb mir doch schon das Beste. Das ist er. Okay, was passiert jetzt? Also ich muss sagen, die haben auf jeden Fall die Details geachtet. Die Kulissen sehen aus wie in der Serie, aber das Problem ist folgendermaßen. Die Animation ist kacke. Und die Stimmen sind nicht dieselben wie in der Show. Und weiter. Aha. Auch das lief nie in der Serie. Und jetzt muss Sam Krampoli springen? Scheiße. Das heißt, ich kann doch nicht dafür. Die Steuerung ist schwammig. Oh, verdammt. Wie geht's noch weiter? Und nochmal Karate. Gut. Okay. Wer ist bereit, loszulich? Ich werde mal einmal daneben. Nicht ganz. Das hätte nichts gesehen. War nicht so verweilen. Und jetzt. Entspann. Wie soll ich mich entspannen? Und jetzt muss ich nochmal Spencer quälen. Ich will wachen. Ich will wachen. Hat das Ding auch ein Ende, dieser Abschnitt? Das macht irgendein Spaß. Okay. Ich bin jetzt ganz konfus. Ich weiß nicht mehr, was ich mache. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade tue. Okay. Aber das habe ich gerade doch schon nicht gekonnt. Ist das das letzte Spiel? Wie es aussieht, besteht dieses Spiel aus Minispielen. Nicht mehr lange. Es ist vorbei. Ein Glück. Sicher. So wird es dir seit langem. Der Peppermint. Okay. Das liegt doch gut fürs erste Mal. So, das war es mit Alkali für die Wii. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich hochladen werde. Aber ich weiß eins. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall durchzocken. Also wäre es nett, wenn ihr mir viele Likes und viele Klicks da lassen würdet. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao. Ciao.